Was ist denn hier? Warum klatscht du nicht? Weil da keine Kamera, du Spasti. Ich klatsch gleich in deine Fresse. Mein Gott, ey. Und da verantwortet er mir wirklich. Du bist hier der große Spasti. Seid doch mal ruhig jetzt. Dann können wir aber anfangen und dann brauche ich nicht acht Kilometer schneiden. Hallo und herzlich willkommen, YouTube, bei eurem Grummaler Reger. Heute mal mit Facecam hier. Am Start mit dabei, der Despin, der Crisigno und der Hubert. Voila. Mal wieder unter Twights und wir probieren mal die Facecam aus, ne? Wäre trotzdem nicht besser. Die Fresse. Die Fresse. Verpiss dich. Das sind Standard-Maps? Ich hoffe, das ist nicht. Standard-Maps. Damit auch du eingeschränkt hast. Naja, für dich jetzt nicht so Standard. Die Leute haben ja alle den Despin beleidigt. Der wäre so unintelligent und alles. Despin, was ist denn? Eine Diarrhoe. Ein Durchfall. Sehr gut. Das hat mir gar nicht vorher besprochen. Was fällt uns denn noch so ein? Wenn man jetzt denkt, okay, das haben wir doch beim letzten Mal schon gehört. Der Lesbin ist ja auch nicht so intelligent, dass er sich Sachen behalten kann. Deswegen Daumen hoch dafür, dass er das nochmal behalten hat. In die eine Aufnahme kann ich nicht hochladen. Warum nicht? Wegen der Facecam, du Bob. Na ärgerlich. Das heißt, auf dem Canal von Cresignio gibt es eine zusätzliche Folge exklusiv nur für Abonnenten des Cresignios. Stark. Ganz stark. Nein! Nein! Natürlich ganz stark, der Robert. Respekt, der Robert. Wir kommen nochmal zum Thema. Wir brauchen für den Cresignio, der hat jetzt einen eigenen Kanal. The Cresignio 87. Oh Mann, ey. Genau. Genau. Wobei kein Schwein weiß, wie man Cresignio richtig schreibt. Ähm. Und Cresignio braucht ein neues Kanaldesign und ein Thumbnail. So. Und da seid ihr jetzt gefragt. Und zwar die Designer unter euch. Ab dem 6.6. ist es leider so, dass das neue YouTube Design für alle, für alle Kanäle Pflicht wird. Für alle Kanäle Pflicht wird. Das heißt, er braucht ein neues Kanaldesign und ein Thumbnail. Wir haben uns auch schon ein paar Gedanken gemacht. Und zwar könnt ihr quasi an der Champions League des Thumbnails erstellen teilnehmen. Und dafür findet ihr einen Link im Forum. Und als Vorgabe, was haben wir als Vorgabe? Genau. Das C vom Cresignio. Ich schreibe meine C. Ich labere hier und kack deshalb ins Essen. Cresignio, erzähl du doch mal. Ne. Ich bin gerade am Gewinn des Tiefen. Mann. Äh, genau. Also wir wollen das C so als quasi große Aufnahme. Und da drin verbirgt sich dann das restliche, das Resignio. Und ja, das Ganze dann als Avatar. Und auf dem Kanaldesign halt quasi noch die 87 darunter. Also nochmal, das große C. Da drin verbirgt sich dann der Rest des Namens. Resignio, wie gesagt, wie es geschrieben wird, seht ihr ja. Also ein C. Und dann von oben nach unten Resignio. Und im Kanaldesign noch die 87 dazu. Genau. Farbenwünsche. Ja, farblich. Halten wir das Ganze mal in schwarz-gelb. Ja, gut. Sollen zwar eins mit rein ins Kanaldesign, oder? Ein was, hm? Ein 2 zu 1. Oder ein... okay. Ach, 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 ach. Schack mal. 89... ...oder. Ihr seid doch lustig, m? Nein, also... Du bist doch ganz abgestiegen, ich hab gar nichts zu lachen. Wie sind wir da, diese Scheiß, m? Ne, also wie gesagt, das war's結-, das wär-, ansonsten sind eurer Kreativität vollkommen keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt da machen, was ihr wollt. Wir schauen dann mal, was da so am Ende bei rauskommt. Oh, der Robert hier am Stürzen, das ist wirklich blöd, ne? Ey, oh den Scheiß. Ja, ich glaube ich, Robert. Oh. Ich gucke bei diesen Supercross-Kriegern hier eine ganze Zeit ins Essen, Scheiße, ehrlich. Ja, ich gucke hier die Punkte wegen Supercross, ey, ist das lächerlich. Ja. Ja, toll, ich habe die 45 Tage. Haben wir ja gerade gesagt, dass es dafür im Forum einen Bereich gibt, oder? Genau, im Forum wird es einen Bereich geben, das heißt, da könnt ihr eure Antworten posten. Es bringt nichts, wenn ihr uns die per Nachricht schickt, also nicht im Grissinio bei mir, sondern postet die ganzen im Forum, weil dann können wir uns das wesentlich schneller und einfacher angucken. Das Ganze auch virenfrei, das heißt, nutzt, was weiß ich, Jatze und so und verlinkt das Ganze dann, schnibbeliwipz. Und natürlich kann man keine Garantie machen, so sagen, nach dem Motto, ja, wir nehmen euer Bild auf jeden Fall, sondern das ist halt, wie so üblich, in der Szene, der Beste gewinnt. So sieht es aus. Boah, ich habe echt die 55er genommen, ja. Du willst eine Challenge, Lesbind, das finde ich gut. Ich habe die Donkey. Es ist ja zu einfach für mich, euch abzuziehen. Eben. Dann wirst du lieber ein DNF, ne? Dachtest du dir? Ja, mit DNF bin ich, glaube ich, ich momentan eher ein bisschen dran. Ich habe am Anfang so verkackt. Oh, Polo. Boah. Ja, nein. Das ist natürlich wie alles schön für die nächste Tour. Da kann man nochmal die ganzen Maps hier noch mal in ihrer Bildung. Wie du vor zwei Stunden schon gefahren bist. Das stimmt nicht, aber wie gesagt, aber ich habe ja zufälligerweise im letzten Video gesehen, da hat der Robert ja gesagt, auf einer Strecke wäre er schneller jetzt als ich. Das konnte ich natürlich nicht gestern hochgeladen habe. Genau, das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Da musste ich dann mal eine Antwort geben. Ja, aber ich werde das in Angriff nehmen, weil, ich weiß nicht, ich mochte die Strecke einfach nur. Du hast ein Auge fürs Detail, ne? Genau. Bruno, jetzt langsam ins Geh gehoppe. Aber Cresigno, Hut ab. Gut, ich habe zwar am Anfang jetzt total verkackt gerade, aber auch diese Map unglaublich schnell gefinisht. Da setzt er den Finisher an, der ist natürlich ärgerlich für den Commander, dass er kurz vorm Ziel da noch... Ja. Mit 250 wäre ich locker ins Ziel gekommen. Dann wäre ich locker ins Ziel gekommen. Oh, schon wieder Supercross, ey, mein Gott. Können wir mal hier... Ja. Das ist auch Metal. Das ist Ninja. Ninja. Ninja Supercross. Aber es macht Zeit hier, ne? Man muss mal ein Aufrufezeichen setzen für die Donkey. Genau. So, und ich... Das ist jetzt schon mein dritter Versuch. Ähm, den ich, ja, abgebe, wo ich versuche, das Ganze mit Trescam hinzubiegen. Äh! Schrei mich nicht an. Ähm. Ich hoffe, dass das diesmal klappt. Ich werde es jetzt auf jeden Fall hochladen. Ihr könnt ja mal in die Videokommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich habe jetzt für die Leute, die es wirklich brennend interessieren sollte. Ich habe das Ganze, den ganzen Apparello, äh, jetzt an meiner... Also, das ist mit der GoPro aufgenommen. Natürlich nicht das Mikro von der GoPro. Küche. Küche. Ach, Mann. Riesen, so ein Riesenausschnitt, nämlich eine Runde, deshalb sitze ich jetzt so nah davor, aber ich verstehe da. Ich verstehe nicht. Dann fick dich. Like a boss. Nein! Like a boss. Like a boss. Ey, das ist das... Oh, Mann. Ja, jetzt. Ja! Ehrlich? Ja? Bessert so. Despen, du hängst mir am After, ey. Machst du wieder After hier, oder was? Oh, yeah. Boah. Füße, der kommt flach. Ah, aber richtig flach. Oh, oh. Wie Despen's Mutter. Äh, Alter. Mann. Was tue ich hier? Mann. Ey. Nein, ich mach's falsch. Ich hab's falsch gemacht. Ich denke, oben am Ziel dran fängt. Das natürlich ärgert sich. Boah, ist das bitter. Ey, wo ich hier rumhänge, das ist, ey, das ist nicht mehr feierlich. Boah, was du holt mich noch? DLF, Despen? Nee, der Robert. Nein. Aber ich häng... Alter, das ist so grottenschlecht, was ich hier fahr, ne? Das ist korrekt. Das kennst du doch, wenn du da zu viel Gas gibst, hängst du dann oben übers Hindernis. Boah! Alter, guck es dir an. Auch noch ungeduld. Der ist kurz vorm Fliegen, der Controller. Wohin denn? Am besten in die Glotze, ey. Mann. Eieiei. Verdammt. Vor allem diese Scheiß-Map liegt mir normalerweise. Echt? Ich find sie gut. Sollen wir die gleich normal fahren? Das sah aber eben nicht so aus. Ich fand aber, du warst ziemlich schlecht jetzt dafür, dass das so eine deiner Fables ist, ne? Ja gut, aber dieser letzte Stein, der war auch schon richtig heavy, also... Das ist auch ein schwerer Stein gewesen. Arjen Robben, das war elegant. Boah, wisst ihr ja, das ist ja auch so dreckig, ey. Ach was, aber deine Kommentare sind nicht dreckig, oder was? Nö, die waren... Die waren jetzt... Ja, dich hat grad keiner gefragt. Die waren niveauvoll. Und unterhalten. Deins war einfach nur beleidigend. Oh, das tut mir aber leid. Komm, mach ich hier eigentlich. Oh, das heißt, mir kommt so, dass ich die Map noch nie gefallen habe. Wir auch. Aber ich bin jetzt schon bei sieben Fehler, ey. Ich auch. Ich bin bei fünf oder sechs. Kuppel, der Verdammt. Ich bin auf einmal. Wir rum. Nein. Und dann? Ja. Ja, dann auch egal. Und so oder so und den nach. Und zack. Da kommt der Desvin reingejuckelt. Jetzt kommt der Robert noch. Oh, das wird natürlich interessant. Kommt der Commander noch? Ah, er kämpft sich hoch und zack. Ah, da ist er locker drin. Locker holt er sich hier den zweiten Platz. Das ist lagerlich, ey. Immerhin. Wie lange ist jetzt die Aufnahme? Nicht lang. Nicht lang? Komm, direkt zweite Runde hinterher. Direkt zweite Runde, weil ich kann das nicht auf mir sitzen lassen hier. Ja, da ist das für den Robert. Nicht lange schnacken. Zack, ab. Ich freu mich schon auf die vierte Map. Robert wird gleich kotzen. Richtig. Ja, meinetwegen werde ich kotzen. Aber ey, die Supercross-Maps haben mich angekackt schon am Anfang. Und dann so eine Kacke da. Dieses Tifa gelegt. Das gibt es doch gar nicht. Normalerweise maximal ein, zwei Fehler. Winsel, Winsel, Rapinsel. So, klappe jetzt. Robert, spielen wir nochmal FIFA? Ich müde mich jetzt. Also, äh, Robert tobt ist leider abgesetzt worden aufgrund, ähm, vertraglichen Unstimmigkeiten. Nein. Aufgrund, äh, gesundheitlichen Problemen. Ja, so kann man es, glaube ich, formulieren. Wie sind, macht keiner von euch hier Looping? Ja, weil wir nicht blöd sind. Aber du hast Looping gemacht, ne? Nee. Nee. Oder kommt da angejogelt, der Destel? Haben wir Reinspringen aktiviert? Boah, wie ruhig der Robert jetzt ist. Jetzt hätte ich wirklich Gelooping. Das ist hier so assig, ne, mit dem Reinspringen. Man könnte von hier reinspringen jetzt einfach. Im richtigen Moment. Kirsche. Robert, zweiter. Was sind so vertragliche Unstimmigkeiten? Ja. Ich will nicht, ich will nicht mit, mit, äh, 25 an, äh, einem Herzinfarkt sterben. Ganz einfach. Superkostmittel. Giga-Kost-Diplom, ja, nee, gezockt, aber... Ich mute mich jetzt nicht. Warum mutest du dich? Was soll'n die Scheiße? Weil... Weil... Gesino, geh mal aus dem Bild, Alter, ich seh meinen Fahrer nicht, ey. Ja, toll. Ist er weg. Boah. Schlecht, ey. Bist du besser, Robert? Naja, ich lasse dich ein bisschen vor, weißt du, dass du... Ja, gut. Ja, gut. Dann pimmelt hier dieser, dieser Pono vor. Mein Pono? Ja, das bin ich. Das bin ich. Der Pinke? Wer ist denn der Pinke? Das bin ich. Ich bin der Pinke, aber ich bin vorne beim Casino. Ich bin auch Pink. Ah, das bin auch Pink. Ja, ich bin auch Pink. Das bin ist rosa. Das ist, das ist Pink. Ja, scheiße! Oh Mann, ey. Ja, das ist die Kacke. Jetzt fimmelt garantiert keiner mehr bei dir, Robert. Jetzt hast du frei gesichert. Ja, lass mich mal vorbei hier. Bitte. Ohne Witz, ich dachte, das wär das Ziel. Ich kenn den Scheiß nicht. Nein. Schlecht genommen. Ja. Oh. Gut. GG. Oh, was hat der das wieder gesehen? Was eine Reaktion. Oh, Alter Schwede. Kannst du nicht da fallen, du kleines hässliches Kind. Hast du gesehen? Mann, ey. Ja, natürlich hab ich's gesehen. Oh, da kommt der Jucke, Peter, Robert, auch noch ins Team. Aber von den Schleimern am weitesten. Hier vorne. Heißt du, so eine Supercross-Kacke entscheidet das wieder hier, ey. Jetzt sucht er schon wieder. Ja, von mir aus machen wir beim nächsten Mal eine Robert-Folge, wo der Robert sich ausgewählte Strecken raussucht. Er nimmt ja zwölfmal die Riesenrute und kriegt da auf die Fresse. Von mir. Von dir, ja. Ja, der letzte Riesenrute hab ich gewonnen. Höre ich den Wetteinsatz? Ja. Ja, desfans Mutter. Schon wieder? Krieger-Skin. Die muss aber viel herhalten, sagst du. Ja, die muss richtig herhalten. Krieger-Skin. Und bei Riesenrute? Ja. Ja. Ja, gerne. Aber nicht jetzt. Natürlich. Nein. Ich will üben vorher. Üben vorher? Nichts üben. Ja, dann nicht. Dann kannst du mich machen, dann nicht. Keine Ahnung. Und dem. Warum drei? Ich war vorm Cresigno. Nee, das Spiel war das was anderes. Also, laut dem Spiel warst du gefühlte 3 und absolut langsamer. Immer noch Erster. Guck mal, ein bisschen Letzter, ein bisschen Erster. Oh, ja. Nein. Nein. Du hast eben gesagt, als ich den Zufallmechanismus gestartet habe. Gut, lass starten. Ja, weil ich den Scheiß nicht gesehen hab. Ich hab die Wette noch nicht unter 200 Fehler geschafft. Ja, hast ja also Schock. Ich hab auch gebollt. Ich hab aber auch keinen Plan, wie ich das erste Hinsatz machen soll. Hochfahren. Bitte? Hochfahren. Boah, ist das schlecht. Also, ich drück immer dann da kurz davor so die Bremse. Weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Also, ich arbeite auf jeden Fall mit der Bremse. Das hinten ist, finde ich, scheiße. Das kann ich nämlich manchmal gar nicht. Ich finde diese Schräge am wenigsten. Ja, das, wo du so ganz weit nach oben fahren musst, meinst du? Ja. Da bin ich immer gerade. Okay, ich bin weiter. Boah, und jetzt packe ich das hier nicht. Ich finde es immer absolut kacke, irgendwie, ne? Ja, komm. Ja, so Limbo Trials mag ich auch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Hm. Boah, was mach ich? Hm. Boah. Ja, Motto ist kaputt. Ich weiß nicht, ich krieg schon wieder roten Kopf wie you pine kids. Ich spür es schon, bitte. Nein. Ach, wie hast du diese Stelle hier? Mann. Ach. Ja, aber da komme ich auch nur manchmal so schnell rüber und manchmal hänge ich auch noch da 200 Fehler oder so. So eine Bilbo-Ecke hier, Mann. Alter. Puh, da ist der Sieg. Ja. Äh, hier schon so, ne? Boah, bei dir ist das, glaube ich, Stimmenbruch. Äh. Ich habe es wieder gewesen, wenn ich der Prono kochen hätte. Es war sogar noch knapp geworden. Es ist sogar noch knapp geworden. Weißt du, was Schlimmste ist, dass der Despin führt? Ja, das ist korrekt. Ich glaube, die Aufnahme hat Probleme. Meine X-Words wird auch gerade richtig laut. Also ich rieche mein eigenes Wort. Ich war schon zehnmal erster, bei denen ist die Aufnahme immer abgeschmiert. Zehnmal erster, hm? Ja. Das ist phänomenal. Weil einer hat leider nur eine Map gefahren. Aber gut, guter Schachzug, muss ich sagen. Ja, es ist gut. Guter Schachzug. Wir spielen Schwarz. Eher gesagt, schöner Versuch. Wie behindert kann man so ein Hindernis nehmen? Schaut es euch an bei mir. Wie jetzt Werbung für seinen Kanal macht, ne? Aber ich fahr die Map, glaube ich, noch schlechter. Gerade. Bist du jetzt bei mir? Alter. Okay, ne? Bäh. Schlechter Scherz. Boah. Bist du nervös? Bist du ja, ne? Ja? Ja. Du riechst so Arschwasser. Hat ne. Himmelnwasser. Boah, ich bin ja auch im Ziel. Jawohl, ich hab den Bruder. Jawohl, Bruder. Sauber. Das ist scheiße. Ich bin auch richtig flott rein. Bist du denn vorne? Was ist da los? Standard, ne? Okay, jetzt nehmen wir nun mal ein DNF vom Despin. War ja eben bei der gleichen Map auch so. Was? Echt? Ja. Oh. Aber da hat sich die 450er. Ja, die haben ja gerade eben schon gezockt. Ja. Und da hat sich auch die 450er gerade eben, ne? Ja. Hast du die wieder, oder was? Ne. 52. Hm? Hast du also gelernt. Respekt. Das ist korrekt. Das ist natürlich scheiße, wenn der Despin jetzt hier die 250er hat. Und damit natürlich hier, äh... Mein Gott. Okay, ich fahre aber auch hier wie ein... 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 Wie ein Fessel. Oh. Oh. Ja. Tore Fehler. Mein Gott. Schon wieder ein dober Fehler. Schon wieder. Man. Alter. Ich kann das nur so aus der Hand geben, Alter. War ich so weit vorne, ne? Das ist das Nervenpaket, das wir... Boah. Ist eben so wie beim das Marker, ne? Beim Kackschiff. Nein, dann hab ich zu mir nicht fallen, bitte. Boah, ich fahre jetzt wieder so kacke, ne? Man. So. Das ist natürlich mal ne Annonce für den Despin. Das ist ne Scheiße für mich, ja. Kommt der Bruno rein und hier der Robert, der ist pencelt so langsam elegant da durch die Reihen. Despin, Despin, mach mal einen Fehler, Despin, mach mal einen Fehler, Despin, mach mal einen Fehler. Despin, Despin. Ah, zu kurz. Der schafft es nicht, der schafft es nicht. Jawohl. Natürlich ärgerlich. Guck mal, da vorne ist das Ziel. Jetzt rollt er sogar noch Instagram. Oh, Mann. Das ist auf 1, ne? Was? Boah, ist das wieder nicht. So, jetzt fordern wir zurück. Oh, okay. Und zwar die Nummer 1. So, jetzt müssen wir gucken, dass ich 1.0 werde. Na gut. Jetzt geht's ja natürlich. Der Gewinner könnte natürlich hier... Gewinnen. Ja, die Runde gewinnen. Hier vorne fällt er, dass wir sie machen. Wow. Cheater. Cheater. Nein. Ja. Nein. Boah, nee, ne? Nein. 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 Ich war nicht so scheiße. Boah. Boah. Ja. Okay, ich geb her. Robert, komm, Robert, komm. Ich kann sogar, wenn der das hier gezählt hat, kann ich sogar noch punktgleich für den Cresigno. Nein. Dann wird er durchgereicht. Aber insgesamt nicht so weit auseinander gefächert. Ja. 25 Minuten reicht. Ich bedanke mich beim Despen, beim Cresigno. Denkt dran, dass ihr ein cooles Gedönseldöns macht für den Cresigno. Wünsungs-Alte-Oberfreund. Ja. Und beim Robert bedanke ich mich auch. Wir wollen auch wieder gerne, ne? Beim letzten. Ja. Beim Absteiger. Ja, aber kommt jetzt, jetzt. Jetzt hack doch nicht. Beim Despen, beim Das-Letzten, beim Das-Letzten, beim Das-Letzten, ja. Das-Letzten ist Despens Mutter. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss.